Und herzlich Willkommen hier zurück bei Udo Endlich wieder! Niemand freut sich darüber Alle freuen sich, die haben sich wirklich alle gefreut Ich hoffe, ich habe die Kameras gerade hier unten richtig Niemand hat die Absicht, die Plus 4 zu legen Oh doch, natürlich Guck mal, Pan ist das netten Du hast direkt ne Plus 4 drin Netten da Netten da Oh nein, ich hab Pan rechts von mir Oh nein Ich hab Pan gar nicht bei mir Oh nein, oh nein, oh ich hab das falsch gemacht Oh nein! Ey, guck mal hier Tobi Das fängt ja gut an Ja, lass uns nicht Ja, das geht so aber nicht Das geht so aber nicht Die offiziellen UNO-Regeln sagen jetzt Dass man nicht mehr stapeln darf Das ist mir scheißegal, weil die scheiß offiziellen UNO Das stimmt Aber ich muss hier erstmal aussetzen Tobi Die kennen ihre eigenen Regeln nicht Ganz im Ernst, ey Ich find das hier viel lustiger mit Stapeln Ja, find ich auch Da macht richtig Laune dann einfach Von mir ist dann einfach alles Ich dachte so ist es immer Der Hass, Alter Ich hasse dich Tobi Ich weiß, aber das find ich gut Ja, ich auch Tnettenbaum Tnettenbaum Äh, grün Boah, nice Tobi, nice, nice Geil, also du müsstest da mal reagieren jetzt, bitte Äh, aber Paden muss doch gerade was Äh, wie, warte mal auf, meinst du mich? Nein Äh, Erik Was denn? Hä? Was ist da los, hä? Hä? Ich singe den Sieg Das muss ich jetzt gleich aber mal ändern Also da muss ich jetzt gleich ja mal was machen, ne? Ja, jetzt kommen gleich die Plus 4 Erik, pass auf I bims die Karee wascht Und ich setz drüben Gleich, gleich ist es wieder soweit Erik, freust du dich schon? Ich will nicht sagen, wie es sein wird Es ist so, Stille Und dann Dracarys Und dann kommen da die Plus 4 auf einmal geflogen Und dann schmilzt der einfach der Erik Und genau so ist es auch Dracarys Äh? Hä? Dracarys 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 Nee, Cory, ich hab aber... Ich bin auch richtig... ...froh dafür... ...froh... Schon wieder eine Runde... Hey, Tobi. Ja, danke, Tobi. Na, blau. Ach, grün, alles klar. Ja, na schön, hier, da bist du noch mal dran. Blau ist das neue Grün. Also, wenn ich dich frage, dann mein ich das auch so, Tobi. Du musst es schnell auswählen jetzt, Mann. Ja, klar. Nicht dafür, wenn du so alt bist, keine Reflexe mehr hast. Apu. Apuna Matata. Apu. 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 Du musst weiter Apu sagen. Äh, ist man klein abgeschmiert? Nee, doch nicht, okay. Hallo. Apu. Apu. Oh, nein, Mann. Oh, was soll die Scheiße denn? Nein, 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 nein. Ich hab doch schon so viele. Jetzt hasse ich Ulu doch! Das ist aber blöd gelaufen Hey, ich hab sie! Cool, cool Wir müssen gegen Tobi vorgehen, gemeinsam Ich gönn's Tobi Hier Tobi, mach ruhig, mach ruhig Ich kann aber nicht Guck mal Tobi, wie er nicht deine Farbe gelegt hat, extra Tobi, sag mal was du brauchst, dann mach ich das Ja, ich geb mein Bestes Tobi, komm, hau noch mal einen raus Boah, du bist so'n dreckiger Adi Gerne, Tobi, gerne Blöder Kackbeutel So Hä? Hast du behalten gemacht? Hä, Tobi? Die rote 9 hätte ich jetzt gerne behalten Ja, ja Ja, ist für dich Ich hab die fette Kopnuss Tobi Du merkst es nicht, weil deine Stirn so fett ist Okay, hier Du fetter Eibermeyer Du fetter Fettmeyer Was ist jetzt hier los, Alter? Du fettes Titanic-Schwein Boah Ich bin einfach nicht so kreativ wie er Tobi, du bist ein ganz netter Mensch Nimm dir Karten Bitteschön Das ist super lieflich Also meine Rache wird grausam sein Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank Ich weiß, das ist sie immer Ein grauer Sam? Grausam? Grausam Jetzt kann ich endlich die rote 9 legen, die ich gerade habe zufen Boah, nice Tobi, richtig gut Ja, cool, ich darf noch mehr ziehen, was kriege ich denn? Ja, ich fand den guten Ich habe eine Boah, Alter, wie soll ich da so laut Vier Entschuldigung Oh, eine Vier Die gönne ich mir Ja, ist gut, Fanner Ja, ist super schön Ja So, hier, da bin ich Da sehe ich mich Oh Tobi, du hättest mir wieder sagen müssen, was du willst Tobi, ja, kann nicht Toll Hä? Erik, du hättest sowas von eine gehabt, tu doch nicht so Die UNO-Götter haben mich verlassen Nee, nee Das war sowas von ein Traitor-Toll Mhm Sag's doch immer, wenn du Traitor bist Hier, guck mal Tobi, für dich Ich bin ja nicht Traitor Curry, komm, du darfst nochmal Ja, danke, dann machen wir doch das Ding mal so weiter Zack Toll, Curry, danke Das bringt mich weiter mit meinen Zwei-Karten hier Bitteschön, kein Problem, Erik, immer gerne Der Curry wird hier Machen wir direkt mal so weiter, Curry Ah, nein, Tobi Oh, ja, das war's doch für mich, ja Also, Curry hat gewonnen Ich glaube, Curry hat gar keine übrig Hä? Aber, ich kann dir gerne Achso, ich bin ja gar nicht dran Das kommt ja gar nicht weiter, hä Ja, ja, das war ja auch dein Traitor, hä Achso, okay, ja, Entschuldigung Erik, komm mal, komm, hau rein Alles klar Komm, Erik, mach was Schönes jetzt Weiße Paaren, komm Ich kann den Tobi jetzt richtig verletzen Nein, warum, ich musste doch den Tobi auffallen Hast du denn, hör doch mal jetzt Ich meine, ich gönne ihm den Sehz natürlich Ja, jetzt ist zu spät Jetzt kann ich auch nicht mehr Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr Alter Ich hab kein Rot Aber Tobi, pass auf Ach, Tobi Hä? Hä? Okay, kein Rot Ja, wir müssen mal Rot bleiben Hä? Was? Na Das war aber Dingens, hör mal bei der todas Ja, Erik, du bist aber geil, du Ja, man Nach sont. **** Wir wollten jedenfalls wohl in der Gameshow Bei�ten, dass hätten wir auftreten sollen Ja Ja, Curry, komm Ja, ja, ja. Tobi, was wünschst du dir für ne Farbe? Oh, blau wär schon nice, Curry. Ja, dann nehm ich blau, Alter. Das ist ja superliebe. Das ist ja der Hammer, Curry, das ist ja der Hammer. Das ist aber unfreundlich. Apu, ich dachte Apu. Apu nach Matata. Tobi, was wünschst du dir jetzt? Dieses Lied höre ich dir. Alles klar. Bin gerne blau. Ja. Ja, okay. Ja. Kennet ihr noch die Eissorte blauer Engel? Blauer Engel? Blauer Engel, ey. Das ist kritisch. Ja, das ist kritisch jetzt. Erik, du kannst es mir wirklich ruhig besorgen jetzt, wenn du möchtest. Gut. Danke Erik, das ist nett. Hä, ich weiß noch nicht. Ich hab gedacht, ich hab die Chance gering, dass der blau hat. Hä, du hast es mir halt besorgt, so wie du es gesagt hast, Erik. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich gönne das dem Curry einfach. Ja, ich stehe auch, Erik. Oh mein Gott, nehmt euch ein Zimmer. Vielleicht machen wir das auch. Tobi, was denn jetzt? Megadolon. Hey, jetzt hast du aber richtig gesagt, Bart. Nee, hab ich gar nicht. Megadolon. Der Tobi, die will da richtig Fomo hob. Mist. Du hast Megadolon gesagt, Bart. Achso, Anna, hier. Megadolon. Spult alle mal zurück und überprüft das mal bitte kurz, Leute. Ihr müsst alle zurückspulen. Nein. Sie hat Megadolon gesagt. Doch. Was liegt da gerade, für eine Nummer oder für eine Zahl? Zwei und grün. Zwei grün. Okay. Ich seh's nämlich nicht, weil ich hab hier gerade Medaille freigeschaltet. Mhm. Okay, ja klar. Klar. Was ist das denn? Scheiße. Also guck dir, man muss mir mal wissen, was das ist. Keine Sorge, du wolltest übersprungen. Okay. Du musst es gerade aussetzen, Tobi. Ja, warte. Ich bin so bescheuert, Alter, dieses Game. Wir sind immer noch bei Gelb, Tobi. Ja, ne Gelbe Acht. Acht Gelb. Acht Gelb. Sehr gut. Hä, wie lange steht das denn da jetzt? Ist ja voll doof. Äh. Tobi spielt mit Handicap und gewinnt trotzdem. Mit Handicap. Äh. Hat so ein Handy eine Mütze auf bei Handicap? Ja, ich wollte gerade sagen. Ey, ich hab immer gedacht. Schön. Heute ist echt unser Tag, ne? Läuft, glaub ich heute. Heute läuft. Schön. Ich sollte öfters wenig karten. Ein Röschen für dich. Tobi nur ne Karten, ne? Oh ja, ne 5. Da sag ich doch nicht nein. Ja, bei der 5 bin ich auch dabei. Jawollo. Paar, du bist immer gut, ja. Schön. Boah, geil. Also läuft. Das ist immer gut. Voll das Crewfeeling hier, ey. Also, Ehring, ob du jetzt oder ich gewinnen, ist mir egal. Ah, ich könnte nicht mal. Das spielt aber keine Rolle. Weißt du, es kommt nicht darauf an, wer gewinnt, sondern auf die Freunde, die wir unterwegs sind. Ne, auf den Weg dorthin. Genau. Genau. Das ist das Ziel. Ach. Schön. 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 Freut mich. Gönnt dir mal wieder ein paar Karten heute. Du bist aber auch Tobi. Was soll das? Tobi. Das finde ich jetzt aber gar nicht nett. Aber ich dachte vielleicht, dass du das setzen kannst. Ne. Moin. Boah. Danke, Tobi. Dankeschön, Tobi. Und Pan kriegt trotzdem noch die zwei Karten auf, wo die Hunde stoppt. Ja, Pan, wollen wir weiter UNO spielen, hm? Boah, heute macht mir UNO wieder richtig Spaß. Weiter geht's. So. Ach. Ich glaube, bei mir hackt das. Was denn? Hackt Matt. Ich glaube, bei mir hackt das. Scheiße. Punkt, danke nochmal, ne? Ich muss raus und dann muss mich nochmal einladen. Ja, dann gehen wir raus. Oh, oh. Oh nein, gerade jetzt wo ich... Nein, ich hab zwei plus vier Karten. Kannst du einfach so rein oder muss ich die Hunde beenden? Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Ich hab zwei plus vier, genau. Warte mal, Freunde. Oh nein, wenn ihr hier reinguckt, dann wissen Leute, was ich für Karten habe. Hase, wir können jetzt nicht weitermachen. Nicht. Wir müssen aufhören. Die Zeit läuft doch ab. Ja, aber der Tobi kommt doch jetzt nicht. Hä, wieso ist das jetzt gelegt? Wir warten auf den Timer. Achso. Ich kann dich nicht einladen. Ja, wir gehen nochmal raus, ja. Tobi ist voll der KI-Ringo, Alter. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, warte, warte. Die kann nicht betreten werden. Scheinbar kannst du dieser Partie nicht beitreten. Okay, wir gehen raus. Alles klar. Alles klar. Verlassen. Und zack. Mach kurz ne neue Lobby auf. Oh nein, ich will nicht wieder lauter werden. Oh ja, Kari, komm. Oh nein, ich will das nicht. Klassische Partie und dann, äh, ja. Ich will immer was... Ich will immer was ausprobieren. Warte mal. Was denn? Oh nein. Willst du die Facecam anmachen? Ah ja, wollte ich. Aber ich weiß nicht, wer war das zu first ging. Hallo? Warte, ich probier das nochmal. Online-Spiel verlassen. Der lebt sich gerade tot bei mir. Ist halt auch schwer, so ein Uno zu programmieren. Weißt du? Er ist jetzt in Screed. Riesenwelt. Tausendquests. Alles. Aber so ein Uno, boah. Kamera hier ausmachen. Uno, extra reagiert nicht. Ich probier das auch an. Alles klar, ich muss Uno abschießen. Ciao, Uno. Oh nein. Nein. Ja, da ist es wieder, ey. Oh, war alles falsch. Das Spiel. Wie kann man denn so ein Spiel verkacken? Da ist es wieder. Das ist fucking Uno, ey. So Einstellungen. Das ist doch ein Hexenwerk. Ja, Einstellungen. Oh doch, das ist ein Hexenwerk. Sorry. Ich hab's gemacht. Wo denn? Geht's auf Chat? Ja. So mal. Video-Chat. Mein Uplay ist sonst weg. Nur für Freunde. Was? Was ist denn mit diesem... Dann schadet mal dein Uplay. Hinweis, du benötigst Uplay, um Uno spielen zu können. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht käme ich gleich wieder da, ey. Hey, hey Leute. Ich bin ein großer Elefant. Du hörst dich an wie ich immer, ey. Wie kann man das denn so verkacken? Okay, Tobi, ist okay. Wie du immer da so... 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 Hörst du? Ey, das macht dich doch an, Tobi. Hör doch auf. Ja, Brunnen. Ach, wir sind ja lauter. Find ich geil. Komm wieder rein. Komm wieder rein. Ich hab doch schon eingeladen. Echt? Achso. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Made with Unity. Hab ich noch nie gesehen. Ja. Blehungen. Das ist mit Unity gemacht. Ich bin ja mal gespannt jetzt gleich. Ich auch. Uno? Uno. Uno ist mit Unity gemacht. Habe ich grad eben gesehen am Anfang. Steht Made with Unity. Hab ich nie gesehen vorher. So Erik, komm rein hier. Ja, warte. Der lädt noch. Als ob der so schnell startet. Bei Uno. Bei diesem umfassenden riesigen Spiel. Uno. Hallo. So. Kannst du mich einladen nochmal? Ja, sehr. Habe ich aber schon. Da hab ich wahrscheinlich grad. Aber ich glaube weil die OBS auf die Face Team gerade zugegriffen hat. Also ich hab das bestimmt nicht hier bei mir. Aber du kannst ja sehen. Ich hab die jetzt mal ausgemacht mit OBS. Ja, ja. Ich glaube. Hast du eingeladen? Ja. Hä? Auf Benachrichtigungen und dann ganz nach unten glaube ich. Ich hab 239 Benachrichtigungen. Äh. Ja, dann musst du ganz nach unten. Wie bist du gerade reingekommen? Ah ja, hier. Warte. Alles klar. Uno. Uno. Ja. So. Party beginn. Hey. Jetzt wärs voll lustig. Das wär super lustig, wenn das geht. Was soll jetzt noch passieren? Oh. Ah. Und? Ah ne, leider nicht. Curry! Hä? Mein Curry geht's aber nicht. Siehst du mich? Hallo! Hä? Ich seh Curry nicht. Nee, bei uns geht's glaube ich nicht. Bei uns geht's glaube ich nicht, weil wir das nicht eingezahlt haben. Oh nein! Aber jetzt sehe ich Curry die ganze Zeit. Ah, okay. Oh Gott, oh Gott. Siehst du mich Curry nennen? Nein, ich seh die nicht. Oh nö! Aber was machen wir denn jetzt? Guck mal, ich hab ne große 5 auf mir drauf, wenn ein Countdown abläuft. Oh scheiße, warte. Wo stellt man das denn ein? Am Anfang im Menü? Am Anfang, ja. Okay, wir müssen gleich nochmal alle raus. Also ihr müsst, also bei mir hat's gereicht. Ich hab einfach die OBS-Kamera deaktiviert, also in der Szene quasi. Ach so. Ja, hab ich auch gemacht. Und mich siehst du jetzt, Pan? Ja, ich seh dich. Boah, das ist ja jetzt aber gruselig, Pan, Alter. Guck mal jetzt. Was mach ich hier? Guck mal hier, Pan. Ich hab ein Muffin. Hä, was ist das denn? Hä? Hä? Höhe? HA! Nö! So. Ich glaub wenn der, wenn der Erik die Kamera anmacht, dann sieht man einfach genau dasselbe wie jetzt schon. Wahrscheinlich sieht es genauso aus einfach. Ein rotleuchtender Mann. Ach, guck mal hier. Oh, schön. Oh, das ist ja... Mann, Curry! Mann, Tobi! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Hey, Curry. Bin ich grad die Luft angehalten, ne? Ey. Ey. We all live in a yellow Submarine. Nein, scheiße. Tobi, ich gönne dir den Sieg. Das war vielleicht nur eine gelbe. Oder aber Erik auch. Ach, scheiße, rechts von mir. Curry, mach ich denn jetzt? Warte, ich muss auch gerummeln. Mann, Pan. Erik, soll ich dir jetzt noch mal helfen oder nicht? Ja, nee, nein. Nein, nein. Ich, ich kann nicht. Boah, du bist so ein Arsch. Ey, du bist so ein Arsch. Die Hilfe wäre gewesen, dass du ausgesetzt hättest. Ich kann nicht anders. Oh, du bist echt generös. Ich kann nicht anders, Erik. Du bist richtig generös, Curry. Die arme Pan. Ach so. Ja. Ja. Voll, was machen wir denn jetzt? Boah. Der hat doch locker noch eine. Du hast safe noch eine. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Der sagt doch nicht. Komm, Erik, komm. Moin. Oah. Was ist das denn, ey? Ich hab's doch gesagt. Ja, UNO macht mir doch wieder Spaß. Der hat einfach Port weiterleitung gemacht. Er hat einfach die Ports von Pan bekommen. Oh, Medaillinaktualisierung. Erziele 50 Mal über 150. Also ich glaube, in der nächsten Folge probieren wir, also jetzt noch nicht, aber wir probieren das in der nächsten Folge, dass wir das mit Facecam machen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Aber du siehst dich selber nicht in der Facecam, also du siehst dich selber? Doch, doch. Ich seh mich. Ach so. Ich hab auch mein Bild. Dann hat man zwar keinen Grund mehr auf der anderen Channel, obwohl doch wir in den Karten. Oh, mein, guck doch mal. Hä? Die Lottoziehung. Ich zieh gerne zwei Karten. Der hat schon wieder zwei, vier, oder? Plus Karten dazu. Was, Tobi? Ich zerstöre den Erik jetzt. Tobi, 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 wiederhol dich nochmal kurz, Tobi. Ah, Habibi kam an der Koi um. Was machst du, Erik? Was ist los mit dir? Ich hab ne Plus vier, Erik. Also komme nicht falsch hier. Ach so, okay. Dann bin ich ruhig. Tut mir leid. Nee, du sollst ja weiter singen, so schön. So, aber Tobi, wie sieht's denn so bei dir aus mit Plus vier? Ganz schön. Ich hab ihn in der Hand. Ich hab ihn. Hast du was? Tu es ruhig. Ich hab nichts. Nein, 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 nein. Okay, das ist gut. Sag mal, Pan, willst du mich verarschen? Du siehst mich, ne? Du kannst meine Reaktion sehen, wenn du hier einen Plan gegen mich vorbereitest. Ach so, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Du hast gesagt, du hast eine Plus vier. Ich kann dir Stingesinger zeigen, Pan. Der Plan war... Nein, mein Stingesinger... Oh, voll laut. Der Plan war wegen Erik, nicht hier. Ah, genau. Was heißt denn hier wegen Erik? Ja, das musst du verstehen, Erik. Die hast du nicht. Erik, vorne hier hinten. Ja, merk ich schon. Ach Tobi, bitte. Tobi wird dann einfach in den Arsch getreten. Weißt du, der muss dann helfen. Aber dann, wenn es vorbei ist... Vorne Toh, hinten pick. Oh, 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 oh. Oh, was für eine Überraschung. Alles klar. Das ist aber ärgerlich, Kari. Ach nein. Oh, Mann. Alter, meine Angst kurz. Aber ganz kurz. Die haben jetzt... So, Erik, soll ich dir jetzt helfen? Ja. Hä, was ist doch keine Hilfe? Du bist so ein... Du bist so ein... Weißt du... Ich dachte... Du bist ein Kumpel. Aber jetzt hab ich mich vorhin auch getäuscht. Nein, Erik. Ich hab mich verglückt. Äh, verglückt. Verglückt, ja. Deine Eltern haben sich vor 13 Jahren verglückt. Äh, wo soll ich denn gehen? Es gibt den Birdie rein. Ey. Ey. Herange. Das war keine Absicht. Ich bin hingefallen. Alter, Curry, da ist das dann... Boah. Diese lästige Unperson. Was ist das denn für'n Ausdruck? Die Unperson? Sie Unperson. Ey, ist doch mal kacke. Herr durchrissen. Sag mal hässlige Hurenhexe zu mir. Boah, ja. Oh, mein Jungferleutchen ist durchrissen. Ey, ist doch mal. Hä, was passiert mir gerade? Ich weiß es doch auch nicht, ey. Na toll, Pan. Dankeschön. Arschloch. Boah. So. So. Ja, ich auch Jess. Ah, das beruhigt mich wieder. Was soll schon passieren? Gar nix. Gar nix. Ja. 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 Tobi hat nur noch drei Karten. Tobi, ich gönn's dir, ja? Na ja. Na ja, du hast eine Plus-4. Leg die jetzt gleich. Ne, ich hab wirklich keine Plus-4, Tobi. Also, ich kann dir wirklich überhaupt nicht gefährlich werden. Es sei denn, also, höchstens eine Farbe ändern. Das war's. Siehst du? Hast du gerade eine Flasche aufgemacht, Pan? Ne, ich hab's gemacht gegen den Farben. Ach so. Hast du eine Flasche aufgemacht, ey? Moin. Man hört immer, dass der irgendeinen Controller angeschlossen hat. Hä? Ich hab gar keinen Controller angeschlossen. Aha. Aber irgendwas ist da immer so. Eben was? Achtung. Ja. Ich wünsche mir grün. Oh, lol. Ja. Grün. Ich hab ne rot-grün-Schwäche. Tut mir leid. Ja, dann hast du... Komm, Tobi, hol mal das Ding nach Hause jetzt. Ach so. Oh, wegen Tobi. Ah, Entschuldigung. Ich bin dieses Konkurrenz-Spiel nicht so gewohnt. Ne, schon. Alter, ey. Okay, willst du das Erik zerstören? Hä, wieso? Ich hab's dir doch geholfen. Erik zerstören, sagt sie. Ich klem mal kurz das Internet nach oben ab, ne? Curry, was ist denn da los? Ja, hier ne 4. Ach so, oh, das ist super schön. Hier ne 4. Stefan, weißt du was? Ciao. Bei Wein sag ich nicht nein. Hä? Oh, toll. Mach nämlich Sorge, dass du den einzigen Spruch kannst. Geil, Tobi, du bist echt Ehrenmann. Wow. Danke dir. Danke dir. Boah, ich mag Uno, Alter. Erik, du bist ne geile Folge. Also heute läuft, ne? Heute läuft. Der geht alle Runden, Alter. Das gibt's doch wohl gar nicht. Uuuuh. Komm, nächste Folge müssen wir uns alle sehen. Das wär so geil. Das wär echt cool, ja. Das wär so lustig. Ja, dann hier. Weg hier. Tschüss, hau rein. Jasia, ciao. Moment, ich lass noch kurz Siegerbildschirm. Okay. Oh. Toll. So. Oh mein. Ach, ein Träumchen. Habt ihr euch schon beim Publikum verabschiedet? Also bei den Zuschauern? Nee, nee. Nee, noch nicht, noch nicht. Ach so, gut, gut. Das hat sich grad so angehört. Oh nein, willst du mich verarschen? Was denn? Was ist los? Immer wenn ich ein Spiel verlasse, schmiert der Client ab. Alter, das ist doch doof. Was ist denn das für ein verkacktes Drecksgame? Wer programmiert denn so ne Scheiße? Tja. Alter. Also ich mag die Ubisoft-Spiele eigentlich echt gerne. Aber, Alter. Uno... Monopoly. Was haben die da... Ja, Monopoly. Diese Gesellschaftsspiele. Das ist doch Anti-Gesellschaft, was die machen. Das ist doch Menschenhass. The Game. Oh, Alter. Okay, nächste Folge dann? Ja. Mist, ich hab den Bauern. Ja, tschüss. Ja, alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. War eigentlich doch ein guter Tag heute, unotechnisch. Also ich mag spielen. Mal mal kurz. Ohohohohoho... Darf ich das drin lassen, Tobi? Ich bin so froh, dass meine Aufnahme schon läuft. Könnt ihr갑bery machen. Ja. Könnt ihr gerne machen. Boah, jetzt haben wir sogar die Zusage verweisen! Du kannst das gar nicht verklagen, Alter! Bis zum nächsten Mal.